Musik Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Wolfenstein The Old Blood Ja, zum nächsten Part und wir müssen ganz schnell handeln, denn da hing gerade bzw. gestern noch jemand, jetzt nicht mehr Sie hat es wohl allein geschafft Wir haben hier die Zombie Apokalypse, die spontan eingebrochen oder durchgebrochen ist Oh, wir können uns entscheiden, da oder da lang Oh, ich finde das hier schöner Ich möchte gerne wieder zurück, hallo Ach, Quatsch Oh, Zombies gegen die, na toll, dann halt nicht, okay Wow, 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 wir werden voll getroffen Nein, was, ich habe da gar nicht Akimbo genommen Oh, hier kann man es gut verstecken, sehr schön Moment Nein Jetzt reicht es aber Hier, nehmt das Ihr Schweine Nein, 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 du wirfst keine Moment Da, Kampfpistole Was? Boah, die ist Da ist einer, oder? Hallo, ist da einer? Da ist einer Mist Okay, Moment, Moment, Moment Moment In Deckung Und jetzt Ja gut, das Ah, da sind immer noch Einzel-Zombies Da sind vereinzelte Zombies Nein Nein, nicht geworfen Verdammt Wie, hä? Hä, dich selber Die kommen Hä, wie krass Moment, warte, das will ich euch nochmal zeigen Oder kann ich euch das überhaupt zeigen? Nein, jetzt nicht mehr Die infizieren sich Wie geil Moment Ey Jetzt muss ich mal überlegen, wo die anderen Da ist einer Ach, die werden einfach zu Zombies, oder was? Habe ich jetzt nicht gesehen Da Der hat jetzt einen anderen infiziert Oh Oh mein Gott Ja, ich glaube, die Die sterben einfach Irgendwie Komischerweise Ich habe keine Ahnung Ah, weg mit euch Nein Ah Oh mein Gott Boah, das war gerade Für mich bestimmt viel lauter Als für euch Ich war erschrocken Ich wurde verjagt Verjagt Ähm Oh, die Duschkabinen Oh Ah, hier ist keiner Mit dem ich hier jetzt duschen gehen könnte Ach, da Okay, da ist die Abgesegte Munition für die Abgesegte Die habe ich am liebsten Obwohl die Die Schockhammer Schrohrflinze auch noch ganz okay ist Und jetzt müssen wir weiter Oh Nein Moment Frisch das Ja, interessiert dich nicht War klar Ach, der lebt gar nicht Was Was Geil Wir haben einfach ein Loch in den Buskasten geschossen Da Gut, dass das überhaupt nicht übertrieben ist Du hast eine Herausforderung freigeschaltet Badehaus Hm Jetzt würde mich interessieren Ja, wunderschön Wir sind da lang gegangen Wir hätten auch andersrum gehen können Hätten wir da eine andere Herausforderung bekommen Ach, wir sollen da lang Okay, Moment Oh, wie sollen wir denn da Jo, natürlich Tschüss Warum hassen sie uns so sehr? Wir haben im Arsch es, schätze ich Ich habe einen getötet Haben Sie das gesehen, Herr BJ? Nur weiter so Ich war schon mal hier In der Woche nach Weihnachten Mit meiner Freundin Wir sind hier reingeschlichen Um den Badehausgeist zu sehen Die Heizung war aus Wegen der Bomben Im Becken war Eis Wir tanzten zum Grammophon In Herr Obermanns Büro Und ich weiß noch, wie wir lachten Und froren Und wie wir Angst hatten, dass sie uns erwischen Und mich mitnehmen Ich gab ihr ein Versprechen Was auch mit mir geschehen mochte Ich würde zu ihr zurückkommen Du kannst nicht ganz allein gehen Nicht mit diesen Monstern Wenn ich nicht gehe, dann kann ich die Monster auch gleich Meine Eingeweide rausreißen lassen Ich steige dort oben durch das Loch Und Sie helfen mir Das werden Sie doch, Herr BJ Ja, das mache ich Ich werde dir helfen Aber vorerst Nehme ich hier kurz alles mit Das war es auch schon Dann helfe ich dir jetzt Herr BJ, helf Hier Hör zu Ich kann mitkommen Nein, Sie dummer Soldat Sie müssen Helge aufhalten Ich pass schon auf Scheiße, ihr Bastard Boah Oh nein Oh nein Das hat jetzt überhaupt nicht gepasst Nein Tesla Tut mir leid, Kessler So hätte es nicht enden sollen Oh nein Hätte es nicht Verdammt Tesla ist tot Als ich klein war Sagte mein Vater Wir hätten ein Monster im Keller Und wenn ich nicht brav wäre Würde es mich eines Nachts holen Also war ich immer schönartig Aber das Monster Kam trotzdem Man möchte fast gar nicht reden Bei dieser Musik Darum glaube ich Bin ich einfach mal Kurz still Und wir Genießen den Moment Und wir Kapitel 7 Altstadt Was? Wie werde ich dich los? Hä, wie werde ich den los? Hä? Was? Nein! Ah, ich muss den, glaube ich, so dann immer loswerden, oder? Oder muss ich gar nicht da rein? Das Ding ist ja, das hat ja voll den fetten Bauch. Merk mit dir. Moment. Wir müssen gerade gucken, ob ich noch weiter damit spielen kann. Nein, kann ich nicht. Schade. Ich hatte mich gerade an ihn gewöhnt. Na, egal. Oh je, das war aber gerade sehr dramatisch. So, haben wir auch jetzt genommen. Hier, was ist noch? Rüstung, ein bisschen rüstig. Ein bisschen abgesägt Munition. Oh, hier ist auch noch ... Oh, jetzt haben wir wieder 15 Schneiperschuss. Die Schneiper. Da haben wir schön den Weg zugemacht mit dem Ding. Ah, Moment. Hier geht's auch nicht lang. Ob wir jetzt ... Entweder müssen wir drunter durchtauchen. Da ist ja so eine Leiter. Ist hier irgendwas? Ne, ne? Also ich kann kaum was erkennen. Und wieder hoch Ich muss das Ich muss die Ja, aber wie soll ich Ach, abschießen oder was Okay, Moment Lass mich mal Darum ist doch wahrscheinlich da ein unendlicher Behälter Von diesem Diesem Zeug, ne, oder? Kann das sein? Ja Und ich, ja Dann müssen wir doch noch den Roboter benutzen Juhu Dürfen wir noch ein bisschen Müllroboter spielen Ne, Laderoboter ist das Okay Boom, boom, boom Oh, den haben wir Zack Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, das Auto ist kaputt Ah, wir kommen sogar noch durch Yeah Bam Yes Neun Ih, ist ja eklig Ja, tschüss Dann mach ich die zwei kurz Neun Scheiße Nein, 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 was, was, was Was? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Was? Wo bin ich hin? Oh mein Gott Ich weiß nicht, wo ich bin Ich bin irgendwo runtergefallen Das war jetzt ja nochmal total random Hä? Oh, ne Karte Geil Karte der Altstadt Ach, ich muss an drei verschiedene Sachen Ich hab gar keinen Plan, wo ich bin Oder wo ich da runtergefallen bin War total zufällig Moment Ich will wieder an meinen Roboter Nur da hab ich mich sicher gefühlt Kam ich nicht hierher? Hier liegen schon so viele Tote Ach, da, okay Nein Nein Moment Hier sind noch zwei Der hat das mal einfach eiskalt überlebt Okay Ich hoffe, der ist tot Es ist fast nicht danach raus Boah Ich muss mich für dich Jetzt hat nicht der Ach, Mann Ach, komm Scheiß auf den Roboter Das ist echt ätzend Ja, was? Wer will noch was mehr? Du? Kannst er haben Und er überlebt's Ach, ne Ich hab beide getötet Yeah Das hat Style Nein Oh Gott Was ist los? Nein Niemals Oh, keine Muni mehr Nein Da hat mich doch glatt der Zombie getötet Das ist ja unfassbar Das nehm ich so nicht hin Ah, okay Werf die Granate Jetzt werf doch mal die Oh Mensch Tschüss Zack Wow Oh, okay Die sind schon weggeflogen Boah In der Luft, oder? Ich glaub schon Ist ja auch egal Oh nein Die dürfen mir nicht zu nahe kommen Hab ich das Gefühl Hallo Kannst du aber sterben Ja Zack Okay Jetzt hab ich, glaub ich Den Bogen raus Oh, hier waren so viele Wo kamen die denn alle her? Ah Jetzt hab ich die Antwort Viel zu viele Ach, das ist ein Soldat Oder das ist ein Zombie? Sieht mir fast nach Soldat aus Zack Ja, was los hier? Zack Boah, hier drin könnte man echt Ja, ne? Kann man sich dran gewöhnen Man macht gar nichts anderes mehr Außer R2 oder L2 zu drücken Ich in meinem Fall Eigentlich nur R2 Boah, da kommen ja immer mehr Platsch Oh, was? Ja Egal, passt Wir haben ganz viele getötet Ja, ey Hallo, wir sind doch Gegen Zombies Echt jetzt? Da spielt's immer noch eine Rolle Moment Nachladen Ach, wir sollen da eh lang Äh, hin Okay Oh, da ist eine Blutwolke zerplatzt Und Irgendwer schießt immer noch Ach, shit Ach, getroffen Moment Da ist noch einer Da war einer Ja, die fallen ja immer mehr Ja, komm Dann, äh Moment Äh, Brief Äh, Sniper Das irgendwie hier Ziemlich unnötig ist Bestimmt Das Sniper natürlich auch Oh, die sehen mich gar nicht Was? Die Halten zwei Schüsse aus? Okay Das werden immer mehr Ich glaub, ich muss mal ganz kurz hier Ja, was passiert jetzt? Ah, gut Nein Passiert überhaupt nichts Oh, ja Bitte Ach, das sind eh nur drei Ah Ey, was ist das denn für eine Verarsche, ey Boah, die sind voll stark Die halten ja zwei Schüsse von so einem Schrotgewehr aus Moment Ich steig mal wieder hier auf meinen geilen Drahtesel Okay Oh, man kann sogar rennen damit Das ist ja Premium Boah Oh, Moment Eine Konzeptzeichnung Was? Voll viele Boah Zwei auf einen Streich Einer 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 Oh Und ein Auto Oh, die Kirche Oh Gott Das ganze Dorf brennt echt Ach, wir müssen da runter Nachladen Bevor wir in die Kirche gehen ganz kurz gucken Ist immer ganz wichtig Dass man auch jedes Geheimnis mitnimmt Ich hab die fünf Gold, die ich hab von 48 Der ist auch tot Das nagt jetzt so ein bisschen an mir Wo wir uns vonhin entscheiden mussten So Wo wir uns vonhin entscheiden mussten Gehen wir links oder rechts lang Da bin ich rechts lang gegangen Durch das Badehaus Und da haben wir diese Herausforderung bekommen Bla, bla, bla Was hätten wir Was wäre passiert Wenn wir auf der anderen Seite lang gegangen wären Ist doch voll interessant Aua Naja Vielleicht ist es auch nur für mich so interessant Aber wir gehen da weiter Oh, oder auch nicht Äh, okay Uns fehlt der Schlüssel Hier ist kein Schlüssel Vielleicht hier Das sieht so Ne, okay Ja, das ist ein Roboter Der Roboter hat das nicht Hier liegt nur die Dann müsste das doch eigentlich Ja, da ist es auch schon Okay Da hab ich den Schlüssel Grad übersehen Oh Moment, ich muss mal ganz kurz Ich hab nämlich überhaupt gar nichts verstanden Äh, 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 äh Vibration Sound Untertitel Nur Fremdsprachen Alle Sei vorsichtig Ich hab nämlich gerade überhaupt nichts verstanden Von dem, was sie da gesagt Boah, ey Damit kann man sich ja totschießen Ey, dann stirbt mal einer Zack Boah, wie viele da aber auch kommen Ey, das ist ja Das ist ja nicht mehr feierlich Oh Ho, ho, ho Boah, wir haben seinen kompletten Oberkörper abgeschossen Moment Der hat überlebt Boah, der hat seine Priorität Die fliehen Nein Die fallen ja alle von Himmel Was ist denn mit denen los Oh, ich wette, das ist geil Was Ja, nimm's mal mit Und jetzt Schießen wir hier einfach drauf los Wuhu Ah, du auch noch Ja, hier, bitteschön Du auch Hier Und du auch Hier Und hier Ja, so geht das Verbinde es Um nachzuladen Achso Nö, nö, nö Muss ich nicht Das war schon sehr hilfreich Boah Kopf abgeschlagen Moment Hier, die abgesägte Von der wir nicht mehr allzu viel Munition haben Müssen wir uns beeilen Ach, hier können wir gar nicht lang Boah, da kommen immer mehr Nein Um Gottes Willen Können wir da lang Ja, da können wir lang Sehr gut Moment Kurz das Hier war noch irgendwas Wenn ich auch nicht weiß, was es bringt Ach, das Tor da Perfekt Moment Zack Nicht in meiner Schicht Ah, jetzt kommen wir mit dem Robotik Robotik da lang Ja, dann Jetzt werden die Zombies was zu Da werden sie ein bisschen dran knabbern Tschüss Okay Ja, Moment Was Hä Da komme ich doch niemals durch, oder Ja, doch So, gerade so Platsch Platsch Okay Ja, daran könnte ich mich gewöhnen Auf jeden Fall Zwei auf einmal Zwei auf einmal Und einer Aber was mache ich jetzt Kommen immer mehr Boah, mal gucken, ob die da jetzt durchkommen Ich habe das ja jetzt Das Ding habe ich ja jetzt voll davor gestellt Wo muss Ja, ich muss dahinter Das ist mir schon klar Boah, zwei auf einmal Ach so Ah, das habe ich nicht gedacht Oh Oh, da wollte ich aber gerade schnappen, ne Frechdachs Boah, ernsthaft Kletter die Mauern hoch Ja, ja, ich muss erstmal unseren So Im Moment Jetzt nicht, dass ich wieder einsteige Und das ist total unnötig Hochklettern Moment Bevor wir das tun Ja Und ich sehe gerade, Freunde 20 Minuten Ich würde sagen Ja, das würde ich sagen Ne, ich würde sagen Ja, wenn es euch gefallen hat Bewertet gerne das Video Mit einem Daumen nach oben Oder einem Kommi Das ist mir wesentlich lieber Auf jeden Fall, dass ich eure Meinung Vielleicht mal ein bisschen Dazu habe Und ja, in dem Sinne würde ich sagen Leute, I'm Jay Ich hoffe, es hat euch gefallen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao, ciao Und wir sehen uns beim nächsten Mal